Stay with me Bislang Ich weiß gar nicht, es ist schon eine Woche um Heute ist Sonntag Morgen ist Montag, dann ist eine Woche rum Für mein Projekt, jeden Tag ein Video Und bis jetzt muss ich mir ja selber Auf die Schultern klopfen und mir sagen Ich hab's bis jetzt ganz gut umgesetzt Ich hab's mal eine Zeit lang versucht Zwei Videos zu machen Aber jetzt gerade am Wochenende war es einfach für mich nicht möglich Weil Ja Bei uns war stadtfest in der Stadt Ich hab Urlaub, das heißt Man kann da hingehen, feiern gehen Saufen gehen Also ein bisschen was zumindest Und weiß, man hat den nächsten Tag frei Muss nicht auf Arbeit oder hat irgendwelche sonstigen Verpflichtungen und deswegen Wurde es halt auch ein bisschen länger Und wenn man dann halt Noch aufnehmen müsste, wäre halt ein bisschen blöd Vor allem in einem ein bisschen Angetrunkenen Zustand Ja und deswegen habe ich gestern Nur das eine Video gebracht, das Minecraft Endergames 2 Video Und ja, heute Kommt Hero Zero Ja und ab morgen müssen wir mal gucken Weil das Problem ist dann wieder Meine Cousine kommt am Dienstag zu Besuch Und das heißt, ich muss Theoretisch morgen oder vielleicht auch heute Nacht Noch ein bisschen was vorproduzieren Einige haben sich ja gewünscht, dass ich Komplette Matchmaking Komplette Matchmaking Folgen Hochlade Also ein komplettes Matchmaking Hochlade Das so 40 Minuten geht Ungefähr Oh, das ist eine Teamnachricht Tööööö Normalerweise habe ich immer so 200 bis 300 FPS und wenn ich dann nur mit 60 spiele und es dann ab und zu doch ruckelt, das macht einfach keinen Spaß. Und da muss ich schauen, entweder ich nehme Open Broadcaster Software, muss ich mal gucken, wie das da mit der Audioqualität und so ist, ob das alles passt. Oder ich nehme halt Nvidia Shadowplay, das ist ein Aufnahmeprogramm bzw. auch Streamingprogramm, welches in den Nvidia Treiber mit drin ist. Das funktioniert sehr gut, da habe ich, was habe ich denn da aufgenommen? Also hier die CSGO-Frag-Videos, oh mein Gott, die CSGO-Frag-Videos habe ich manche damit aufgenommen. Das Problem ist nur da, ich habe mir die nochmal angeschaut und habe gesehen, dass die von der Qualität halt einfach mal ultra schlecht sind. Es tut mir leid, dass ich euch solche schlechte Qualität anbiete. Es kann einfach nur damit zu sagen, also ich habe es auf 1920x1080 aufgenommen, also direkt aus dem Spiel heraus und ich spiele seit neuestem wieder Fenstermodus, äh, Vollbildmodus. Ich habe zwei Jahre lang nur Fenstermodus gespielt, 1600x900, aber jetzt denke ich mir, na, ich muss mal wieder Vollbild spielen und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, und das Problem ist halt, ähm, dass ich das dann runterskaliert habe mit Camtasia Studio auf 720p und deswegen war es dann wahrscheinlich so komisch, weil eine andere Möglichkeit kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich es aufnehme, sieht es eigentlich super gut aus und eigentlich hat Nvidia, Shadowplay, gute Rezensionen, dass es gut aussehen soll, wenn man da was aufnimmt und von daher, oh, ich habe es nicht mal bis zu dem einen Angriff geschafft, schade. Ja, und deswegen hoffe ich, dass es einfach demnächst besser ist. Ja, ich probiere es mal, vielleicht lade ich es auch noch einfach auf 1080p hoch und gucke, ob es dann wirklich funktioniert, weil, also mit den Dateigrößen ist ja bei mir kein Problem. Wie gesagt, ich habe eine 100k-Leitung, lade mit, ähm, 5 MB oder so, 6 MB hoch, ähm, also das läuft alles, dann läuft es wirklich schnell und flüssig. Ähm, ja, aber das Problem ist halt, ähm, das Rendern, das dauert halt ewig, aber bei den kleinen Frag-Movies geht das. Bei Minecraft, da ist es halt dann wirklich, wenn ich da 1080p machen würde, würde ich bestimmt einen halben Tag sitzen oder so. Ich weiß nicht, wann das liegt, weil mein PC ist eigentlich noch recht okay von der Ausstattung. Hm, und mir läuft gerade der Schweiß runter, ey, es ist Viertelzehn, Ortszeit, hier in Kümnütz, und es ist einfach ultra warm. Es sind auch immer noch 30 Grad draußen, ähm, und während ich aufnehmen kann ich ja schlecht mit Ventilator da sitzen, ne. Das wäre ja blöd für euch, aber sonst habe ich die ganze Zeit den Ventilator am Laufen. Das brauchte ich die letzten Tage ganz nicht, da war es eigentlich recht angenehm, aber jetzt, alter, heute den ganzen Tag wieder übelst warm, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe gerade noch ein kleines Projekt am Laufen, ähm, dazu werde ich wahrscheinlich demnächst mehr erzählen. Ähm, ja, lasst euch einfach mal überraschen, es geht auf jeden Fall um Server, Games und gemeinsam zocken. Ja, so kann man es ungefähr betiteln, und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Bock drauf wie ich. Und ja, ich würde es einfach mal, weil es Sonntag ist, weil es schon spät ist, weil es warm ist, und weil es einfach nichts mehr zu Hero Zero zu erzählen geben. Das Video erstmal beenden. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könnt, oder was ihr für Gedanken habt zu dem Thema, was ich angekommen habe, zu den Servern und so. Ich habe da in den letzten Tagen ein bisschen was, ähm, an etwas gearbeitet, bin noch nicht ganz fertig, deswegen kann ich es noch nicht öffentlich zeigen, aber es wird auf jeden Fall lustig. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann nicht. Naja, aber ich richte das erstmal alles ein, und dann schauen wir mal gemeinsam, was da so dabei rausspringt. Ich würde mich also verabschieden, sag euch noch, wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so warm, aber trotzdem ein bisschen warm, weil so schöne, laue Sommerabende sind natürlich auch immer was Schönes. Vor allem, wenn wir jetzt schon morgen September haben, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dann wird es wieder herbstlich kalt, und das ist dann auch nicht so schön, ne. Ich wünsche euch was, äh, habt einen schönen Abend, und wir sehen uns morgen wieder. Euer Schlübber Stürmer. Ich wünsche euch, äh, habt einen schönen Abend.